ja heute haben wir mal nachricht das ist so halb dankes mail halb geht es auch darum wie man sich so in so wie soll man das so sagen pseudo spirituellen sumpf ja kippen kann mit irgendwelche wahrsage angeboten anspruch nehmen oder astro angebote für jetzt nicht sagen dass einem unmöglich ist dass so menschen einem helfen können wirklich aber worauf ich hinaus will ist ja dass man so auch im zusammenhang mit wirklich mit diesen negativen beziehungen an so einen punkt machen kann wo man wirklich keinen schritt mehr macht ohne dass man eine kartenlegerin braucht oder bei astro tv anruft und das habe ich schon wirklich oft gehört dass leute wirklich ihr ganzes geld verzocken und ist auch nicht nur mit kartenlegen kann auch passieren mit irgendwelchen anderen beratungsangeboten dass man eigentlich keinen schritt mehr macht ohne jemanden zu fragen ist was auch so ein stark krasses pluspuls symptom ist lieber christian ihr schreibt ihr da ich denke dass es viele betrifft aber man findet vor allem zusammen mit toxischen beziehungen verhältnismäßig wenig darüber vielleicht erlaubt ist das universum dass so ein video dazu macht das würde mich freuen kurz hatte einen alkoholkranken vater den ich zwar nicht kenne aber ich denke ich habe meine mutter stark an ihn erinnert wir hatten lange jahre eine sehr schwere beziehung war in meiner kindheit oft auf mich allein gestellt nicht lebenswert das gefühl nicht gut genug zu sein und so weiter meine beziehungen waren stark geprägt dadurch verlustangst klammer panikattacken wenn jemand physisch sichtbar nicht da war ich würde ich den anderen oft nicht mehr ja also immer wieder wenn man handfeste psychische symptome hat therapie machen und so weiter es gab da eine beziehung in meinen zwanzigern in der ich dachte es wird die beziehung bis ans ende des lebens ich wurde auch betrogen ausgetauscht und diskartet er wechselt das türschloss ich wusste zwei wochen lang nicht was los war und als ich einen aussuchstermin erhalten hatte wir wurden zusammen stellte ich fest dass die neue zwischenzeit nicht eingezogen war das beziehungsleben ist manchmal echt dreckig über meine jacke hängen bereits ihre frau macht so also naja also so da in so eine gemachte wohnung einziehen krasse zu dem zeitpunkt verlor ich unabhängig davon meinen job verlor wichtige bezugsperson meiner familie und hatte auch keine wohnung mehr ich war im absoluten tiefpunkt wo alles hart ja das ist echt hart das war der zeitpunkt in dem ich eine wie es heute nennen würde sucht geraten bin die ein absoluter weg der katastrophe des grauens war ich habe kartenleger angerufen rauf und runter es begann mit einem anruf kommt mein ex zurück ich kann es mit worten nicht beschreiben wie sehr da missbrauch mit meiner seele betrieben worden ist und ich ja ich habe es auch zugelassen ja ich muss auch wirklich sagen wenn man da so 190er nummern anruft die ja da somit karten ja ich finde es auch missbrauch ich muss wirklich sagen so vor allem wenn es offensichtlich zu nichts führt und man immer mehr in seine abhängigkeit kommt dann müsste eigentlich ein verantwortungsvoller berater selbst wenn der kartenlegen macht müsste eigentlich sagen dass das funktioniert hier so nicht und kommen wir so nicht weiter du musst mal wieder deine eigene power kommen eigene entscheidungen treffen und ist echt ein großes problem also ich höre das wirklich so oft kann man die jetzt kartenleger auch austauschen mit ja irgendwelchen anderen beratungsangeboten die so eine struktur haben so es war mal mehr mal weniger aber das ganze zog sich fast zehn jahre durch was ist krass der ich auch neue männer kennenlernte und bei jedem neuen mann war ich vollkommen unfähig ohne sich telefonate mit kartenleger in irgendeinen schritt zu gehen ja es gilt als symptomen wenn man so schwierigkeiten hat mit mit abhängig beziehungsabhängigkeiten dependenzen dass man ja es einem schwerfällt entscheidungen zu treffen ohne dass jemand anders das abgesegnet hat und dann kommt sowas zustande so was auch scheiße wenn das ausgenutzt wird so diese neuen beziehungen mal ähnlich katastrophal wie zwischenzeitlich auch meine finanzen ja weil ja dass die wurzeln des problems wird nicht angegangen und das sollte man eigentlich von einem beratungsangebot erwarten dass wenn das mit karten zu tun hat dass ja das ist so in die tiefe geht und nicht einfach nur war schon nach fast auch so krasse ich war ohne sich telefonaten kann leger konnte ich keinen schritt gehen diese neun mit das was haben wir schon mittlerweile habe ich einen großteil der schulden abbezahlt aber fertig bin ich habe nie mit jemandem darüber geredet und mich zutiefst geschämt da klar diese sachen lösen massiv schamthemen aus danke dass du es hier schreibst ich meine ich habe auch schon so viel scheiße gebaut in meinem leben also von mir muss sich keiner schämen und ja shit happens das leben geht weiter man lernt daraus wächst dran und fertig ne ich habe auch schon so viel geld verloren in toxischen beziehungen sind es einfach unfucking fastball aber alles kann booster sein das ist die andere seite gerade richtige horror beziehungen und auch horror sachen die man erlebt können absoluter booster sein wenn man es einem gelingt das richtig zu nutzen kann man wirklich wie phoenix aus der asche aufsteigen und beste zeit seines lebens haben das kann sich alles immer wieder drehen ohne ich hatte phase in denen ich mein leben nehme ich mich mein leben nicht mehr wohl gefühlt habe kurz gesagt habe ich da im letzten jahr also klar sei jetzt noch mal wenn man sagen wirklich nicht gut geht geht zum arzt ruft telefon so sorgen kann auch immer die notaufnahme gehen und sucht in therapie beratung und so weiter kurz gesagt habe ich da im letzten jahr einmal mit stark ausgeprägten narzisstischen anteilen kennengelernt denn das war einfach nur crazy es war wie als ob ich die letzten jahre um so schnell durchlauf in der erscheinung einer person gebündelt aufgetreten war so krass das klingt aber das war meine rettung ja das sage ich ja auch oft habe ich glaube ich hier noch gar nicht so oft gesagt dass manchmal beziehungen die einen so richtig in die zwingen ist manchmal besser als so halbtoxische beziehungen weil man da immer noch denkt ja es waren versehen und nächstes mal wird es besser und ist ja alles nicht so wild und dann aber wenn man mal so richtige klatsche gekriegt hat das geht manchmal eine abkürzung zum ersten mal in meinem leben fragte mich aufgrund der absurdität die sich mir da aufgetan hat was mit mir zu tun hat und nicht was stimmt mit dem anderen nicht eigentlich der wichtigste schritt seither blieb kein stein auf dem trocknen ich habe meine sucht gegenüber einer therapeutin ausgesprochen und nie wieder bei einem kartenleger angerufen glückwunsch sehr gut ich habe jetzt sich körperliche therapien begonnen um erst mal meinen körper zu heilen am ende der beziehung mit dem anführungsstrichen narzissen wurde ich krank habe meine ernährung umgestellt meine wohnung noch völlig nur ausgemalt und eingerichtet sich denn geändert ja das nennt man selbst liebe und nun auch deine kurse begonnen begonnen die sind echt krass ich liebe diese kurse danke macht die fucking kurse leute ganz praktisch anwendbare tipps unfassbar ich habe auch schon etliche therapie erfahrung gesammelt aber deine kurse sind wie ein induktionsfeld auf power stufe ich genieße diesen weg jetzt so sehr und fühle mich immer sicherer und besser jeden tag ein wenig mehr die einzig wichtige frage die mich jeden tag begleitet ist die aus deinem kurs wenn ich das verraten darf was würde ein mensch der sich 100 prozent selbst liebt tun das ist übrigens ein satz da habe ich den auch mit dem teal swan berühmt geworden ist der satz ist wirklich gut auch wenn ich sie ja sonst sehr kritisch sehe aber musste ehre wem ehre gebührt genau das tue ich auch ich stehe für mich ein ich finde und suche meine grenzen ich mache und probiere vieles aus empfinde wieder momente der totalen freiheit und des glücks bombe kann gar nicht glauben wie frei man sich fühlen kann wie schön das ist ich bin so sehr am heilen dass ich das körperlich manchmal spüre und bin oft noch schockiert und traurig für sehr ich auf die schnauze fallen musste aber es bringt nichts in dem hadern und verzagen stecken zu bleiben ja das ist ja auch in vielen achtsamkeit basierten modernen therapien heutzutage wird das ja immer mehr fokussiert dies im moment bleiben nicht mehr hadern nicht an der vergangenheit hängen nicht in der zukunft hängen ja schon gut ich habe somit keine konkrete frage halte es aber für wichtig gerade uns verwundete seelen davor an mich zu warnen man glaubt gar nicht mit was für tricks da gearbeitet wird und nein ich möchte nicht jeden kartenleger verurteilen aber verdammt da werden menschen die zutiefst verzweifelt sind in die abhängigkeit getrieben mit ganz perfiden psychologischen tricks glaube ich sofort teilweise in teilen ich immer sehr dunkle szenen aber ja nicht alle absolut vielleicht ist sie möglich mal mit dem themen was zu bringen da habe ich wieder eine wertvolle arbeit oder kommen mir fast die tränen vor dankbarkeit ich habe das gefühl trotz meiner story dass ich das schaffen kann dass ich es mit meinen ganz eigenen fähigkeiten hinbekomme das ist so schön beste grüße schab lavskala ja vielen dank für die warmen worte kann ja sagen macht die fucking kurse 97 weiterempfehlensquote wenig investiertes geld wirklich das sollte man sich vielleicht wert sein das zu investieren aber macht wie ihr meint und es sind natürlich nicht nur kartenleger ist es immer nicht ich liebe spiritualität ich habe ein ganzes schritten teilweise spirituelles buch geschrieben mein letztes aber ich bin auch sehr aufs kriegsfuß mit der szene mit mit ja wenn trotzdem auch wenn man meint man hat einen spirituellen zugang braucht man gewisse beratungsfähigkeiten das ist trotzdem alles hier in unserer welt unserer materiellen welt geerdet und ja und trotzdem muss man das handwerk der beratung lernen muss wenn jemand jetzt beratungssüchtig wird wissen wie man mit umgeht und das was ich immer so kritisiere so dass leute dann ja ja ich kann aura sehen dies das jenes ja aber hast du auch fundierte ausbildung wo auch immer dass du weißt was du da tust irgendwie so das ist das ist nicht alles nur fühlen und viele die vielleicht spirituelle fähigkeiten haben können trotzdem auf einer persönlichen ebene schwere charakterdefizite haben müssen nicht aber das heißt nicht dass man charakterlich so ein heiler mensch ist nur dass man irgendwelche fähigkeiten hat absolut nicht so und ja deswegen wie gesagt ich finde es toll und das ist ja auch habe ich gerade mal erwähnt die achtsam katz basierten geschichten wenn du willst ist das ja auch sind auch buddhistische elemente das könnte man jetzt auch als spirituell sehen alles fein wenn das eingebaut wird in vorhandene konzepte erforscht wird dass was bringt oder wenigstens nah dran ist oder auch wirklich für einen nachvollziehbar ist was da passiert was sozusagen der heilungsweg ist alles gut ich meine wer halt hat recht sagt man immer so aber in dem moment wo jemand sagt ja die karten sagen das kannst du überhaupt nicht nachvollziehen das ist auch ein bisschen wie mit homöpartie und so nicht also da plädiere ich wirklich für mehr ja mehr was ich mal sagen wissenschaftlichkeit oder gesunden menschenverstand oder aber ja wir sind einfach wir haben einfach ein geist und und ein gehirn was sich sehr schnell austricksen lässt leider und das kommt häufig davor als man denkt wenn man so im plus wohl hängt dass man sich dann neue abhängigkeiten stürzt das ist echt echt eine gefahr ja genau gut was denkt ihr dazu was habt ihr schon für erfahrungen gemacht wie viel geld habt ihr schon verzockt an astro börsen oder ich weiß nicht was und ja wir sehen uns bald wieder